Das zerbrochene Bild können wir jetzt nicht nehmen, ne? Oh, schade. Okay, wir haben... Jetzt nehmen wir noch hier diese Decke damit. Wir könnten ja... Ja genau, wir hauen das einfach um den Ventilator rum. Geht das? Ne. Oh, schade. Aber wir können das doch für den da hauen, oder? Ah, Mensch. Jetzt bin ich aber kurz... Was ist denn das? Einfach mal alles ausprobieren. Ah. Und... So... Der weist mich auf das Loch drauf hin, aber... Was man damit... Ah, damit können wir doch den nehmen. Ah, wie cool. Ja, doch. Stopp mal. Ah, es wird... Es wird knifflig hier, ne? Es wird knifflig. Kann man da irgendwie was rein? Ja, damit kann ich nix anfangen. Ach. Mhm. Mhm. So. Du musst gar nicht wegfliegen. Total übersehen. So. Jetzt müsste ich aber auch alles haben. Das macht einen vollen Michuckel, wenn man die ganze Zeit... Äh, die Kamera damit geht. Aber... Aber wo setzt man das denn ein? Ah, da... Da ist Stoff. Okay. Hö, er hat Stoff gesagt. Das finde ich irgendwie ein bisschen besser gemacht. Ähm... Was? Hardcore-Spazier... Okay. Womit muss ich denn das in Verbindung setzen? Du musst gleich nur mit Gelb und Blau machen, oder wie? Oh Gott, die sieht auch so richtig fröhlich aus. Na, ich hasse mein Leben. Irgendwas brauchen wir noch. Irgendwas muss ich hier echt gravierend übersehen. Wäscheklammern. Wäschekorb. 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 Weil zurück kommen wir ja nicht mehr, ne? Ich glaube ja nicht, dass es hier noch irgendwie was hat. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wie funktioniert das mit diesen Teilen, die ich da hab? Und warum kann ich die nicht einsammeln hier? Wir werfen jetzt einfach hier ab. Komm jetzt her! Komm! Oh Gott! Niese! Vor allem hier kann ich ja nicht durch, ne? Es ist interessant, aber irgendwie... Stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, kann das sein? Ja. 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 Ja, aber hey. Oh Gott, es ist anstrengend hier. Ich muss die rein und da rein kriegen. Aber wie. Ich muss hier irgendwie rein. Ich kann aber nirgendwo anders hin. Da hat es ja auch nichts, ne? Wir sind jetzt also faktisch hier unten. Und da ist unser Freund. Aber da kommen wir nicht mehr hin. Aber unter mir ist noch was. Lass mich doch da durch. Was war denn das bitte gerade? Habe gar nichts gemacht? Okay. Okay. Ah. Eww. 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 Guck. Eww. 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 Und können wir damit... Was machst du denn? Gib mal her hier. Oh, nö. Und damit geht auch nix. Krabbel, 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 krabbel. Krabbel, 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 krabbel. Was soll ich denn jetzt mit der Maus hier anfangen, wo sie die jetzt färben? Aber so langsam klärt sich das Ganze hier auf. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber sicher doch. Ich frag einfach nicht. Der Delic, ihr seid die Besten. Oh Gott. Ist gut. Ah, nö. Ah, das ist ein Rätsel, ne? Oder? Hat das jetzt gestimmt? Okay, warte. Also, das in der Mitte hat ja gestimmt, ne? Okay. Alles klar. Alles klar. Und wenn ich das damit kombiniere, will ich das da damit? So, und da. Oh Gott. Ich bin gerade leicht überfragt. Äh. Ist ein kleines Rätsel, ja? Ist cool. Aber der passt ja nur hier. Oh Gott. Jetzt geht das wieder los, ja? Ich bin gerade Freundarest. Ich bin jetzt in die Dinge. Also, ich bin einfach mal kein Fiß. 皆.